Ich rede immer ganz viel und alles durcheinander. So wie ich bin, so ist mein Gehirn, ich bin so... Manchmal auch, ich erzähle einer Freundin eine Geschichte. Und dann drifte ich ab und war ich ab in eine ganz andere Geschichte. Und die sind so, ey, was wolltest du grad eigentlich erzählen? Du warst so ganz... Ach, wo war ich? Was wollte ich erzählen? Halt! So, oh, draußen schönes Wetter, so mittendrin richtig random. Ich hab dann irgendwann einen Abturn bekommen, weil es plötzlich irgendwie jeder gefühlt so... Das war diese Facebook-Zeit. Und da hat dann jeder Sketche gemacht. Ich hab gesagt, jetzt reicht's, ich geh jetzt arbeiten. Ich gemerkt, es ist aber auch nicht mein Ding. Wenn ich nicht kreativ sein kann, das hab ich dann gemerkt. Deswegen hab ich gewusst, ich muss es wieder machen, weil ohne Kreativität, wenn ich das nicht machen kann, ist bei mir irgendwas tot innen drin. Und das Leben ist, finde ich, viel zu kurz, dass man nicht das macht, was man unbedingt fühlt, machen zu müssen. Und ja, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior. Die heutige Folge wieder gesponsert von Barbossa, dem Sport- und Modelabel. Und ohne weitere Umschweife zu Isabella Luna. Wie geht's? Was's up? Na? Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Dass das geklappt hat. Ich hab ja mal so eine Umfrage gemacht vor paar Monaten, beziehungsweise mach ich das immer wieder und frage, wen ich einladen kann, wenn ich in Berlin bin und dein Name ist immer wieder aufgetaucht. Oh, echt? Ja, schon ein paar Mal. Shoutout to all my fans out there. Sie sind da draußen, es gibt sie. Sie sind da draußen. Grüße gehen raus an euch. Ich muss nochmal raussuchen, wer das war. Vielleicht finde ich die Person auch noch, die das mal vorgeschlagen hat. Genau, auf jeden Fall, deswegen sitzen wir jetzt hier zusammen. Freut mich. Freut mich auch. Wie soll ich beschreiben, was du machst? Also aus meiner Sicht würde ich das mit Künstlerin zusammenfassen, aber wofür man dich wahrscheinlich mehr kennt, sind deine Parodien, die du machst, ne? Mittlerweile auch Sängerin. Genau. Artist. Genau. Sag du mal aus deiner Sicht. Also Sängerin so und so, weil die Parodien, die ich mache oder in letzter Zeit gemacht habe, sind gesungen. Also ja, woher kennt man mich? Ich bin die Freche, die sich gewagt hat oder die es gewagt hat, Deutschrapper zu verarschen, die Texte zu verarschen, umzuschreiben, die Rapper auch nachzumachen. Also ja, ich mache Musikparodien jetzt seit längerem. Ich habe davor mit Sketchen angefangen und dann dachte ich mir, ey man, ich liebe Singen und Tanzen, das muss ich irgendwie auch mit reinmixen. Und dann kam es dazu, dass ich halt Comedy und Gesang und Tanz verknüpft habe. Was ich mich vorhin gefragt habe, weil ich habe auf dem Weg hierher nochmal ein paar Sachen angeschaut. Du schreibst auch alles selber? Ja. Weil du das schon immer gemacht hast oder hast du dir das selber dann irgendwann beigebracht, während du angefangen hast, dann diese ganzen, also du hast ja Sketches vorher gemacht, dann deine Texte für die Parodien auch nochmal geschrieben und hast du schon vorher irgendwie eine Ausbildung gehabt in der Hinsicht oder einfach selber antrainiert? Also das Schreiben, glaube ich, kann man nicht lernen. Also klar, man kann fitter werden, je öfter du Songtexte schreibst oder Parodien schreibst, irgendwann ist es im Run, ich höre irgendein Lied und ich schreibe das sofort um. Aber ja, also ich habe auf jeden Fall Gesang, Tanz und Schauspiel gelernt. Das hat jetzt gar nicht so viel damit zu tun. Also das ist das Handwerk, so das Grundgerüst. Aber was ich daraus gemacht habe, kommt von mir selber natürlich. Und ja, das passiert eigentlich relativ schnell. Ich höre halt einen Song und entweder kommt dann was oder nicht. Wenn nicht, skippe ich den und nehme einen anderen und schreibe den um, so war das auf jeden Fall immer. Also meistens höre ich halt ein Lied und dann kommt mir direkt mein eigenes Thema, um was der Song eigentlich gar nicht geht, sondern so wie ich den interpretiere und so schreibe ich den dann um. Also so war das bei Parodien. Und jetzt, wo ich eigene Mucke mache, da holt man sich schon Hilfe mal hier und da. Einfach, weil ich jetzt auch nicht die ganze Zeit meine Comedy, so straight up Comedy machen kann. Wenn ich eigene Musik mache, es muss auch ein bisschen lyrischer. Also da habe ich schon Leute, die mir so ein bisschen helfen. Aber das Hauptding kommt alles von mir. Und Parodien ist komplett von mir geschrieben. Hast du auch irgendwie ein bisschen Backlash dafür gekriegt, von den Künstlern selber teilweise, die sich dann gemeldet haben und fragen, was soll das? Oder war das bisher immer cool? Mit jeden habe ich Spiel. Echt? Nein, nein. Nö, eigentlich alles cool, soweit die meisten nehmen es mit Humor. Und ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, ja, irgendwo ein bisschen, sei es 0,3 Prozent, ist es ja auch Werbung. Sagen wir, oder 0,1 Prozent der Leute, die mein Video sehen, kennen den Artist nicht, gehen vielleicht danach auf den Song. Deswegen, und ja, die meisten nehmen es mit Humor, ich greife ja keine Künstler an. Im Gegenteil. Ja. Also wer von mir parodiert wird, der kann sich ja freuen, weil das heißt ja, du bist somebody, man parodiert dich. Also deswegen, alles gut soweit. Cool. Damals bei meiner Shirin David Parodie, die hat halt polarisiert so ein bisschen, ein bisschen sehr. Und die wurde komischerweise auch so von den einen oder anderen Seiten ein bisschen so als Diss aufgefasst, wie es aber gar nie gemeint war. Also ich habe das genau so, mich selber totgelacht, während ich das geschrieben und gedreht habe und geschnitten habe, wie ich mich bei einem anderen totlache. So there was no hate at all. So einfach, für mich ist es meine Kunst, Comedy, Parodie, Humor, Satire. In Deutschland oder überhaupt in Europa vor allem wird immer noch, finde ich, so Satire und Comedy oft dann so irgendwie zu ernst genommen. In Amerika sind die da schon auf einem ganz anderen Level, also no fucks given so mäßig. Hier ist dann immer noch so, oh, das war jetzt aber, oh, so ey. Ja, das ist irgendwie so, das hat für mich so den Anschein, als wäre das was für die intellektuelle Ebene hier, ne? So, dass man darüber diskutiert und philosophiert, aber nicht einfach nur macht irgendwie. Ja, voll. Aber, du wolltest was sagen? Ja, ne, also es ist einfach von meiner Seite aus nie irgendein Rapper, Rapperin, Sängerin, Sänger wurde angegriffen oder ich habe was gegen, wie auch. Die meisten, also feiere ich ja selber, sonst könnte ich das ja nicht so gut im Flow nachmachen, ich muss es ja gehört haben. Ja. Deswegen, und klar, manchmal übertreibe ich mehr, weil vielleicht die Person es vorgibt, dass man übertreiben kann. Vorlage. Die geben mir halt eine gute Vorlage, ja, zum Beispiel auch ein Capital Braso, der ist halt auch so ein extremer Typ, das macht halt super Spaß, ihn zu parodieren, weil er einfach mit seinem Brara und seiner Gucci-Caps und du, wenn du an ihn denkst, du wüsstest sofort, wie du ihn, wie du dich als ihn verkleidest, wie du, oder wenn du ihn zeichnen würdest, der ist einfach a personal character, so. Ja. Und umso mehr Spaß, wenn jemand ein Charakter ist, ist es, die Person zu parodieren. Wie hast du dir eigentlich Deutschrap oder warum deutsche Musik vorgenommen und nicht jetzt international zum Beispiel irgendwas? Zum Parodieren meinst du? Ich habe auch internationale Songs schon parodiert, in ein, zwei Mashups, macht genauso Spaß, aber Deutschrap ist halt gerade so, weißt du ja selber, es knallt gerade richtig so. Und ja, es bietet halt, wie gesagt, eine super Vorlage, es zu verarschen, so. Also, und, ähm, genau, ich habe ja auch mit diversen Künstlern das auch, also schon zusammen ihre, also wie Namika zum Beispiel, wir haben ja ihr, sie selber hat mit mir zusammen sich selber verarscht, was ich halt mega cool von ihr fand, so. Und, ähm, ja, genau. Englisch mal probieren, also, die Menschen, die du vorher gemacht hast, hast du die auch auf Englisch gemacht? Nee, nee, auf Deutsch, aber, ja, ich habe auch, ich habe schon ein englisches Video tatsächlich mal gemacht, aber das war eine Parodien-Sketch, Kylie Jenner-Parodie, also Kardashians, und das ist super eingeschlagen, auch international. Und da habe ich mir schon gedacht, eigentlich könnte ich auch mal auf Englisch vielleicht eine Parodie probieren, weil es auch meine Muttersprache ist und eigentlich voll klar geht, aber, nee, ich habe die Texte auch übersetzt. Ich habe zum Beispiel, was war das, Girls Like You von Maroon 5. Hört ich so, Autotune ist gut, rettet immer meinen Arsch, egal ob ich schief singe, Hauptsache Likes sind da. So halt, ne, da habe ich so, also ich nehme dann den Text und schreibe ihn halt auf Deutsch. Ja. Aber wie du sagst, es bietet sich an, ne, dass Deutschrap gerade so gut unterwegs ist, so, und dass auch die Leute dann dahinter sind, die sich das auch anziehen. Die Leute haben auch Bock drauf einfach gehabt. Es war schon dann irgendwann so, es kommt irgendein neues Kappi-Lied raus oder so, Isabella, bitte mach mal Parodie. Ja, auch krass, ne, also die Themen bieten sich dann für dich von selber an oder die, beziehungsweise die Inspiration so. Voll. Weil die Musik die ganze Zeit rauskommt. Krass. Wie ist es für dich gewesen, wenn du dann mal so das erste Video gesehen hast, das richtig eingeschlagen hat? Wie fühlt man sich bei sowas? Das ist jetzt, das ist das Krasse, weil ich hatte tatsächlich, ich mache das schon sehr lange, YouTube, also ich fing mit Facebook-Videos an und ich hatte irgendwie gefühlt, drei Jahre lang immer so tausend Klicks, zweitausend Klicks, dann mal zwanzigtausend Klicks, dann mal dreißigtausend Klicks und ich war so, okay, passiert da noch was? Und dadurch, dass ich so lange dran geblieben bin und das dann wirklich bei mir ging, ging das nicht über Nacht so und da kam nie so ein Schuss über Nacht. Das war wirklich so ein gesünderer, glaube ich mal, Prozess, so ein langsames Aufbauen. Und ich habe einfach immer gearbeitet und das nächste Ding gemacht, gemacht und irgendwann guckt man die Klicks an, wow, da passiert was. Aber ich habe dann schon das nächste Ding fast schon vorbereitet, so währenddessen, wo ich gesehen habe, oh, da funktioniert jetzt was. Und das war halt ab diesen Masher-Parodien, dass es anscheinend was einschlägt. Die Leute wollen, dass ich singe und Comedy mache in einem, wo ich mich auch am wohlsten fühle. Und ich glaube, das spüren die Menschen oder dass es dann auch was funktioniert, wo du dich selber am wohlsten fühlst. Und da habe ich dann die Klicks gesehen und war schon so, oh, geil, endlich. Es war schon so kurz vor, okay, soll ich jetzt was Vernünftiges anfangen? So, die Familie so, jalla, geh mal studieren, jetzt reicht. Was das, diese 200 Klicks, drei Jahre lang. Ich glaube generell, dass es immer nicht so cool ist oder nicht so gesund über Nacht so plötzlich, wenn man über Nacht eins da wird oder über Nacht fünf Millionen Klicks oder ne, okay, das geht nicht, aber eine Million Klicks. Wenn das so schnell, wie gesagt, es war bei mir dieser langsame Prozess. Es war ein schönes Gefühl zu sehen, dass es jetzt auf YouTube vor allem endlich funktioniert. Ich habe ja davor lange auf Facebook auch nur gearbeitet so und YouTube waren immer die schwachen Klicks. Facebook ging schon ab langsam so. Bei YouTube habe ich immer gedacht, ey, wenn ich das jemals schaffen sollte, eine Million Klicks mal zu haben, oh mein Gott, wie werde ich mich da fühlen? Und dann hatte ich es und es war so cool, aber irgendwie ändert es auch nichts an einem so, weil du sitzt halt da und siehst diese Zahl, aber es ist nichts, was du richtig so spüren kannst. Ich glaube, spüren ist, wenn du deine Fans siehst, wenn du auf der Bühne bist, das ist, wenn du das Gefühl dafür hast, das sind die Leute, die es gerade gucken, aber das sind halt nur Zahlen, das ist alles digital. Jetzt wollte ich halt gerne natürlich auch mal was so, meine Fans mal sehen und bühnenmäßig was machen. Jetzt kam halt Corona so. Aber ja klar, es ist ein schönes Gefühl, dass das sich auszahlt, wenn man dranbleibt. Und ich habe immer früher, ich fand das immer so schleimig, diese ganzen Reden. Leute, kämpft für euren Traum und wenn man dranbleibt, irgendwann schafft man es. Ich habe immer gedacht, na klar, es ist auch irgendwo Glückssache und so. Und jetzt muss ich selber so diesen ganzen schleimigen Leuten nachgehen und sagen, Erfolg ist kein Glück. Nein, ist es nicht. Erfolg ist, der eine hat Glück und es kommt früher, der andere später. Bei mir hat es, wie gesagt, ich habe YouTube-Kollegen gesehen, wo ich dachte, Alter, bei denen schießt es schon auf eine Million. Ich komme da immer noch nicht hin, woran liegt es. War einfach so, dass ich anscheinend noch weiterkämpfen musste. Schicksal. Wollte es nicht so. Ich mache die ganze Zeit so, ich kann wahrscheinlich auch normal sitzen, oder? Das war wie du willst. Hört man mich auch so? Ich. Hauptsache, du sprichst Richtung Mikrofon. Ich kann ja jetzt mal endlich aufrecht sitzen. Hier, jetzt reicht es aber. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, und dann war es schon umso schöner, wenn es dann funktioniert. Ja, das heißt, du hast wann das allererste Mal ein Video gemacht? Jetzt auf Facebook zum Beispiel? 2015. 2015, bis jetzt dann. Ja, und 2019 kam so der Knall. Also ich hatte 2018 schon mal, auf Facebook hatte ich schon die Millionen vorher geknackt. 2018 hatte ich schon mal zwei, drei Millionen Klicks. Meine Kylie Jenner-Parodie hat, glaube ich, noch mehr drei, vier Millionen so auf Facebook. Aber ich wollte es auf YouTube schaffen, weil du weißt, wie das ist, dieser Stamp, ey. Sie hat es auf YouTube geschafft. Facebook war irgendwie nie so anerkannt, ob du da viele Klicks hast. Also klar, man merkt, die Leute da kennen einen draußen, aber ich wollte das auf YouTube unbedingt schaffen. Ja. Da habe ich schon wieder gemerkt, da ist jetzt irgendein Algorithmus losgegangen. So halt, man kann es auch vorher halt nie so einschätzen. Das weiß keiner dann so richtig, weil es gibt so viele Leute, die haben Tipps und Tricks, aber am Ende des Tages, wenn das wirklich mit diesen Tipps und Tricks so funktionieren würde, dann würden wir alle ja Millionen kriegen die ganze Zeit. Und ich sehe es ja, also mein Content ist mal, schießt extrem hoch, dann sind die Klicks nur die Hälfte, dann so. Also es ist schon so ein bisschen willkürlich, klar muss das Video auch gut sein, aber YouTube ist schon so ein bisschen eigen oder überhaupt Social Media mittlerweile. Die Algorithmen sind crazy, kennst du vielleicht auch. Aber machst du dich richtig verrückt damit? Ja, ich mache mich verrückt. Ich bin generell ein Mensch, ich bin Wassermann übrigens. Ich bin Hypochonder des Grauens und Overthinker des Grauens und Verrücktmacher des Grauens. Ich stresse mich immer sehr, weil ich auch sehr perfektionistisch bin, was die Arbeit betrifft. Steht dir das im Weg, denkst du? Oder ist das genau das, was dann deine Arbeit ausmacht? Ja, also die Leute, mit denen ich arbeite, hassen mich meistens danach, weil ich einfach super, also ich höre dann auch nicht mehr auf, eine Szene zu drehen 20.000 Mal. Oder ich schneide dann einfach so lang rum und so ein kleines Wurzel, wo dann wirklich meistens die, mit denen ich zusammen cutte. Also ich bin bei jedem Schnitt übrigens dabei oder schneide meistens auch selber, dass ich halt schon das Augenrollen so sehe, bei der Person neben mir so, Digga, das sieht keine Sau. Und dann bin ich so, aber ich sehe es. Ich sehe es und es reicht mir schon, dass wir diese Stelle verändern müssen, weißt du? Ja. Und dieser Perfektionismus ist, glaube ich, gut, aber es ist dann manchmal auch so, ja, manchmal muss, also weiß ich nicht. Ich glaube, manchmal ist es gut, wenn man auch ein bisschen, ich bin halt dann eher Qualität über Quantität. Bin dann auch mal zwei Monate, tauche ich ab, weil ich an einem Video so voll reingesteigert arbeite und es so übelst perfektioniert, als ob es jetzt darum geht, dass ich den Oscar gewinne. Ja, aber das ist doch gut. Aber ist es einfach so. Ich kann, ich fühle mich nicht gut, wenn ich einen Schnellschuss starte und irgendwas raushaue. Hattest du so einen Moment mal, wo du mir nachgegeben hast und dann andere gesagt haben, jetzt mach mal so und du hast gesagt, ja, dann gehe ich halt mal mit. Ja, auf andere hören, sowieso ist das, was mir am meisten geschadet hat bis jetzt. Also alle anderen sind an einem schuld. Nee, aber ja, die Leute, es ist halt mein Name, es ist mein Video und die Leute sind natürlich dann oft so, ja, mach es jetzt einfach oder mach so, mach so. Und mittlerweile habe ich aber ein gutes Team um mich rum, die meinen Perfektionismus kapieren, die das verstehen, die auch perfektionistisch sind. Und ja, klar, früher hat man schon mal Schnellschüsse gemacht und irgendwas rausgehauen, nicht so viel nachgedacht, wo man jünger war auch irgendwie. Ja. Aber es ist natürlich alles auch ernster geworden. Ich habe das ja so ein bisschen als Hobby auch angefangen. Ich habe halt irgendwelche behinderten Videos rausgehauen, so. Und dann kamen die Klicks und dann ging es los und dann nimmt man das auch ernst da. Oh, jetzt gucken vielleicht 20.000, jetzt gucken 40.000, jetzt gucken 100.000, da muss man sich schon, finde ich, ein bisschen Mühe geben. Ja. Gerade mein Publikum, ich habe jetzt nicht so viele diese 4- bis 8-Jährigen wie manche anderen YouTuber, wo du halt auch in die Kamera reinfurzen kannst und die freuen sich und lachen und ob da ein Schnitt oder da ist, scheiße, Hauptsache du ballerst. So arbeite ich nicht und so werde ich nie arbeiten und ich glaube, deswegen ist mein Publikum auch von 4 bis 70 so. Ja. Aber ist das für dich dann eher so ein Druck, dass du sagst, da gucken jetzt viele und deswegen muss ich jetzt abliefern oder ist das einfach so ein professioneller Anspruch, den du hast? Was von beidem ist es oder eher so die Mitte von beidem? Ich glaube, eher der professionelle Anspruch. Ich habe es gerade ein bisschen versucht darauf zu schieben. Hast du gehört? Ich habe es so ein bisschen versucht zu schieben gerade auf die Leute, die gucken, dass so viele sind, aber nee, es ist mein Anspruch. So gut. Also ich finde es persönlich besser, wenn man sagt, es ist der Druck, den du dir selber machst, weil du halt professionell sein willst, als zu sagen, jetzt wo so viele Leute gucken, muss ich alles richtig machen und sobald ich was falsch mache, flippen die alle aus. Genau. Das kommt noch hinzu, aber es ist eigentlich, doch, es ist schon so, seit ich das jetzt so berufsmäßig mache und meine Karriere damit versuche hier anzukurbeln und so, ist es mir schon sehr, sehr wichtig, wenn es mein Produkt ist, dass es on point ist und richtig gut. Ob es eine Parodie, ein Sketch, ein eigener Song ist, muss einfach, warum nicht, es muss perfekt sein für mich. Also irgendwie, ich habe zwar jetzt auch mit der Zeit gemerkt, du kannst nach Perfektion nicht streben, also es gibt irgendwie kein Perfektgefühl. Manchmal darfst du dich auch nicht überschneiden oder überaufnehmen oder zu, wenn du zu viel machst, kannst du das Ding auch töten. Manchmal ist es dann auch das mit, dieser Moment mit vielleicht ein paar Fehlern und irgendeiner Szene, die reingerutscht ist, die das ausmachen. Das habe ich auch schon erlebt. Also beides schon erlebt, auch wenn ich zu lang an einem Ding rumgefeilt habe, dass auch irgendwie die Luft rausgeht. Und, weißt du ein bisschen, wie ich meine? Manchmal darf man dann nicht, das ist wie, wenn du irgendwie eine Situation oder einen Menschen overthinkst, die Energie wird komisch. Wenn du das mit Leichtigkeit und locker nimmst, ist auf einmal alles locker und alles fließt. Genauso ist es, glaube ich, mit Videos, mit Kunst, wenn du dann übertreibst und da so einen komischen Druck, Energie reinbringst, dann wird es nichts. Genau, aber ich schaue halt, dass ich die Mitte finde und trotzdem meinen Perfektionismus behalte und ja, wie gesagt, bevor ich einen Scheiß raushaue, ich habe ganz viele Videos, die gar nie rausgekommen sind. Songs, die nicht rausgekommen sind. Also, kommt nicht raus. Wenn ich nicht sage, ist es perfekt, ja. Wie kam das eigentlich, dass du so dran geblieben bist an der Sache? Warum hast du nicht irgendwann mal nach ein, zwei Jahren aufgegeben? Ich habe schon zwei, dreimal halb aufgegeben, ehrlich gesagt. Also, es gab Zeiten, wo, das ist für mich aufgeben, zwei, drei Monate nichts mehr kam oder auch mal vier Monate nichts kam, wo ich einfach gesagt habe, gut, das ist jetzt so nebenbei Ding, aber ich muss arbeiten und irgendwie, ne, weil dann habe ich, als Tänzerin habe ich eh schon immer gearbeitet, habe ich Tanzkurse gegeben, ich habe beim Radio angefangen zu arbeiten. Ich habe das YouTube-Ding immer dann versucht, so ein bisschen nebenbei nicht als Hauptfokus, wo ich auch gemerkt habe, ey, das ist so unberechenbar alles. Aber irgendwie kam dann dieses, ich habe dann diese Bonnie und Clyde Parodie, das war der Startschuss von Loredana und Morsig. Den habe ich nicht gesehen, muss ich mal angucken. Pony und Clyde hieß das, der Typ hat den Kleidchen an, ich war das Pony, also so richtig random und ohne Sinn und das hat voll eingeschlagen und danach hatten die Leute Bock auf Musikparodien. Und dann habe ich diesen Weg gefunden und konnte da richtig ausrasten. Davor mit Sketchen, muss ich auch sagen, mit Sketchen ist auch irgendwann so, das Internet, ich weiß nicht, ob du dich an die Zeit erinnerst, so vor zwei Jahren, so viele Sketche und diese. Stimmt. Und dann Fuckboy und Fuckgirl und der geht auf das Date und wenn du so rausgehst und wenn du den triffst und irgendwann war so, ey, jede Idee war schon totgetreten, egal wie kreativ ich war. Ich habe immer versucht, noch so eigene, ich habe Friseur, Nagelstudio, Parodiert, so Alltagssachen, auch das, was du meintest, was du gesehen hattest. Dieses, wenn du hässlich rausgehst und alle triffst und wenn du dich todes aufstylest, triffst du halt niemanden. Oder ich habe versucht, wirklich so Sachen, über die nicht so viele nachdenken, mir rauszuziehen und daraus Sketche zu machen. Und ja, boah, Alter, ich bin so hardcore, ich habe mich so verlabert jetzt, was waren die Fragen? Scheiß drauf, oder? Ja, ist alles gut, gibt keinen roten Faden hier, wo du sagst. Gibt keinen roten Faden, das ist für mich perfekt, weil ich rede immer ganz viel und alles durcheinander. So wie ich bin, so ist mein Gehirn, ich bin so, manchmal auch ich erzähle einer Freundin eine Geschichte und dann drifte ich ab und war ich ab in eine ganz andere Geschichte und die sind so, ey, was wolltest du gerade eigentlich erzählen? Du warst so ganz, wo war ich, wo habe ich, was wollte ich erzählen, halt. So, oh, draußen schönes Wetter, so mittendrin richtig random. Ja, alles gut, kein Problem hier. Genau, Sketche dann gemacht und da war es dann, wie gesagt, ich habe dann irgendwann einen Abturner aufbekommen, weil es plötzlich irgendwie jeder gefühlt so. Das war diese Facebook-Zeit und da hat dann jeder Sketche gemacht und ich habe gesagt, jetzt reicht es, ich gehe jetzt arbeiten wie Nummer. Ich habe gemerkt, es war auch nicht mein Ding. Wenn ich nicht kreativ sein kann, das habe ich dann gemerkt. Deswegen habe ich gewusst, ich muss es wieder machen, weil ohne Kreativität, wenn ich das nicht machen kann, ist bei mir irgendwas tot innen drin. Und das Leben ist, finde ich, viel zu kurz, dass man nicht das macht, was man unbedingt fühlt, machen zu müssen. Also warum soll man hier sich abquälen? Das Leben ist so, wirklich, das ist kurz, man. Man merkt es. Und dann so verkopft zu sein, nee. Verstehe ich. Da hatte ich keinen Bock drauf. Ich habe gesagt, scheiß auf, ich mache jetzt meine Sachen einfach und es wird schon irgendwann einschlagen. Da sind wir wieder beim Thema, diese Motivation-Speakers. Never give up. Bleibt dran, ihr schafft es mit viel Fleiß und so. Da habe ich gedacht, okay, gut, wollen wir mal sehen, ob ihr recht habt. Und ja, sie haben recht. Deine Familie. Was sagt sie dazu, dass du jetzt auf diesem Weg unterwegs bist? Die feiern das. Meine Familie, also meine Engelfamilie, Mama, Papa, Schwester, die feiern das extrem, die finden das cool und die supporten mich. Meine Schwester macht teilweise auch mein Styling bei meinen Videos und jetzt auch zukünftig, künftig, zukünftig. Gott, jetzt wird man so ein Alman-Wort nutzen und richtig verkackt. Das ist richtig. Ja, macht sie auch bei meiner Musik und so weiter, mein Styling. Und ja, meine Familie findet es cool, lustig, die feiern es. War da am Anfang irgendwie eine Sorge ein bisschen da oder so oder war von Anfang an so, ja, mach einfach mal? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich komme aus einer ziemlich verrückten Familie, da ist es jetzt auch nicht so. Also alles cool. Das war dann nicht das Verrückteste wahrscheinlich, oder? Was jemand in der Familie versucht oder gemacht hat? Nein, meine ganze Familie ist komplett crazy so. Ich glaube, deswegen bin ich da auch so frei, das zu machen als erwachsene Frau. Ja, ich bin Künstlerin, ich mache Comedy und that's it. Und die feiern das und finden das cool. Du hast gerade was Gutes gesagt, du fühlst dich frei. Du machst ja Musik auch mittlerweile. Yes. Und hast ja auch einen Song rausgebracht, Kein Girl, ne? Girlie, Kein Girlie, war ich sehr. No Girlie. No Girlie oder Kein Girlie? Kein Girlie. Ich bin kein Girlie. Was ich mich da gefragt habe, ist nämlich, also wenn jetzt Leute YouTube zum Beispiel anfangen und dann so ein Switch machen zu Musik oder sonst was, dann gibt es immer so, nenn ich es mal, Kritiker oder was auch immer, die sagen, warum machst du jetzt das? Du bist doch eigentlich das, bleib doch dabei. Warum willst du jetzt was anderes machen? Oder auch Leute, die dann, da gab es einen, der macht immer so Reviews von irgendwelchen Songs und unterscheidet dann halt auch zwischen YouTuber und Sängern. Auch wenn sie Musik machen. Hast du da irgendwie auch mal irgendwas da gekriegt von irgendwelchen Leuten, dass die gesagt haben, lass mal, mach mal nicht? Das Ding ist, ich habe ja so ein bisschen auch die Konkurrenz mir angeschaut. Das heißt Konkurrenz, die Kollegen, wie man es auch immer nennen will, andere YouTuber. Und ich habe mitbekommen auch, was also teilweise was für ein Hate ist ausgelöst, wenn sie plötzlich Mucke machen, was ich halt auch irgendwie gar nicht verstehen kann, weil ich mir denke, soll doch jeder machen, was er will. Ich denke, den Leuten geht es vor allem darum, dass es real sein muss und authentisch. Und ich glaube, die Leute sind nicht so dumm, wie man denkt. Und sie erkennen, wer wirklich Musiker ist, musikalisches Talent hat und wer das jetzt einfach nur für Klicks macht vielleicht oder weil es gerade in ist. Ich meine, selbst dann, I don't judge, mir ist das scheißegal, soll jeder machen. Aber ich glaube, so geht es den Leuten. Und sie sind halt dann wahrscheinlich enttäuscht, wenn du einen coolen Content hast und dann auf einmal switcht zu Musik. Und die sind aber, Menschen wollen immer das Gewohnte behalten. Die sind dran gewöhnt und denken dann so, ey, nein, ich will mein altes Idol, meinen Star so haben, wie er ist. Bei mir ist der ganz große Unterschied, glaube ich, ich singe ja schon die ganze Zeit. Ich mache Musik. Meine Parodien sind musikalisch. Ich rappe, ich singe. Aber es sind halt nicht meine Songs. So, was jetzt auf die Leute zukommt, kein Girlie war, eher war noch so ein Mix aus Comedy und es war so der Übergang. Und die nächsten Songs, also daran arbeite ich jetzt gerade, die werden auch wirklich witzig, cool. Es wird keine neue Isabella Luna geboren, die auf einmal so, oh Gott, wer ist das denn? Nee, das ist nicht unsere Isabella. Wir wollen die alte Isabella zurück. Nein, es bleibt die Isabella, die meine Follower kennen. Freche Texte, lustige Videos. Einfach nur der Unterschied ist, ihr könnt meine Songs runterladen und kaufen. Weil ich weiß, dass meine Follower, meine Mashups immer auf YouTube anhören, im Handy anstecken, im Auto und immer über YouTube hören. Und mich oft gefragt haben, kannst du das nicht mal irgendwie rausbringen, dass man das streamen kann? Auch für mich besser, so jetzt mal, to play the cards open. Digga, ich muss Geld verdienen. Nee, aber es ist halt schade, wenn du deine Songs nicht verkaufen kannst und auch später mal auf der Bühne nicht spielen kannst. Deswegen mache ich jetzt eigene Mucke. Sie bleibt lustig, sie bleibt cool. Ich bin Sängerin, ich bin Musikerin. Das ist mein Handwerk. Es ist nichts, was ich jetzt für Klicks mache. Oder so, ey, okay, ich muss mich jetzt da hochziehen, Fame-mäßig, Mucke, weil es gerade in ist. Ich habe diesen Übergang ganz bewusst gemacht. Ich habe Meshup-Parodien gemacht mit dem Ziel schon die ganze Zeit, dass ich natürlich eigene Songs machen kann. Aber jetzt vielleicht nicht zwingend darüber singe, dass ich irgendwie Depri in der Ecke liege und jemand vermisse, sondern es wird lustig, es wird Spaß machen. Und bei Kein Girlie, Tuf, 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 kein Hate bekommen. Also ich meine, ja, da war da mal einer unter tausend Kommentaren vielleicht, du Hure oder so. Aber das kann ich halt nicht ernst nehmen. Ja, klar, das kommt aber auch immer, ne? Also du Hure ist für mich halt keine Kritik. Ja, absolut nicht. Oder du Schlampe oder du bist hässlich oder so. Das ist für mich so okay. Gut, solange es nichts mit meiner Kunst zu tun hat. Die Verrückte findest du halt immer, ne? Ja, das ist halt dann auch so. Aber nee, da kam, also no hate. Es war halt so, ich glaube auch nicht so was Neues jetzt. Sie singt jetzt auf einmal, es ist befremdlich, weil ich sonst nur gesprochen habe. Sie kennen meine Stimme, sie kennen mich, singt. Und deswegen ist es, glaube ich, bei mir nicht so ein Riesenunterschied. Hoffe ich zumindest jetzt. Ich will nicht zu groß labern, aber ich hoffe, die Leute nehmen es an. Aber wie gesagt, es wird jetzt halt jetzt, es wird auch ähnlich wie was ich eh schon gemacht habe. Ich gucke, dass ich da schon bei meinem Gebiet bleibe und nicht jetzt plötzlich zu krass switche. Ja, aber wenn man sagt, die Leute wollen das, was sie so gewohnt sind, also die Tatsache oder die Person, die du darstellst oder die du bist, ist ja nicht etwas, wie sagt man, in Anführungszeichen Normales. Also nicht jeder ist Musiker, nicht jeder ist Künstler oder macht Parodien. Sondern es gibt halt Menschen, die machen dann andere Sachen, die dann wohl eher normal sind. Und dann gibt es Leute wie dich und noch viele andere Künstler. Aber was ich damit sagen will ist, ich gucke mir jetzt zum Beispiel bestimmte Musiker oder Filme oder Schauspieler, was auch immer an, weil sie ja gerade anders sind, als ich es gewohnt bin. Weißt du, was ich meine? Deswegen kann ich doch auch nicht von dir erwarten, dass du bei etwas Gewohntem bleibst. Weil das ist ja das, was dich ja irgendwo auch ausmachen sollte, dass du dich versuchst, tust und machst und so. Und neue Wege findest, neue Sachen anzubieten. Ob es mir jetzt gefällt oder nicht, ist die andere Sache. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, von dem Künstler zu verlangen, auf einem Dings stehen zu bleiben, also auf einem Punkt. Genau so ist es. Und deswegen finde ich auch immer, es ist auch wieder so deutsch, irgendwie dieses Judgmental, so Verurteilende. Wenn man sich dann mal weiterentwickelt und mal was anderes probieren will, dass man so, jetzt mach mal wieder, auch ganz oft lese ich das bei Rappern, wenn die irgendwie, ich befasse mich natürlich mit Rap und Deutschrap. Ja. Gerade, weil ich es parodiere. Und da lese ich ganz oft, wenn dann ein Künstler irgendwie einen neuen Song oder so rausbringt, oh, das alte von dir war viel besser, mach mal wieder so eine Musik, mach mal wieder so. Und ich finde so, wenn es einem nicht gefällt, ist es okay. Aber man will auch als Künstler mal was anderes selber einfach probieren und machen. Man wird auch älter und man hat vielleicht nicht mehr so Bock auf die alten Sachen. Und als Künstler machst du meistens, wenn du ein guter Künstler und authentisch bist, das, was du fühlst gerade. Und wenn ein Rapper, ein Sänger, sonst wer gerade so eine Art Musik fühlt oder so eine Texte, dann finde ich, kann man nicht verurteilen und sagen, jetzt mach mal wieder so. Ja. Wenn jetzt ein Rapper gesagt wird, sei mal wieder der alte, harte, du bist zu weich geworden. Ja, vielleicht fühlt er das gerade ein weicher Typ. Whatever. Ja. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Ist da ein Plan irgendwie da oder eine Idee oder irgendwas in der Arbeit? Albummäßig, IP-mäßig oder so? Ja, ja. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt, es ist bei mir ein bisschen ruhig geworden die letzten Monate. Ich habe jetzt keine neuen großen Videos mehr rausgeballert, weil ich sehr intensiv an der Musik arbeite. Ich habe dir ja vorher schon erklärt, wie ich arbeite. Also du kannst nur noch sich um Jahre handeln. Nein. Nur noch um Jahrzehnte. So. Ja, ich muss gerade lachen, weil ich jetzt wirklich gerade denken muss, wie wir schreiben und so sind. Da geht der nächste Terror von mir los. Also ich schreibe dann auch meinen Song auch schon lange und so. Und ja, wir machen jetzt gerade Songs. Okay. Was anderes, was mich interessieren würde, aber trotzdem zu deiner Parodie, gab es Leute, die dich ab und zu auch mal angeschrieben haben? Auch irgendwie andere Mädchen, Frauen oder so, die von dir irgendwie Tipps haben wollten und meinten, ich möchte selber auch was anfangen? Ohne Ende. Das ist so witzig, dass du das fragst, weil ich kriege ständig Nachrichten und es ist fast schon so, als wäre ich so ein Talent-Scouter, denke ich mir manchmal. Ich kriege dann irgendwelche Videos geschickt, guck dir mal das an, irgendwelche Gesangsaufnahmen, Sketche, wo die meine Meinung haben wollen dazu, Tipps haben wollen und teilweise auch sehr oft kann ich mal bei dir im Video mitspielen. Ja. Und hast du irgendwie mal drüber nachgedacht, was daraus zu machen in irgendeiner Art und Weise, wenn du sagst, hey, ich kriege immer so viele Anfragen, vielleicht gebe ich irgendwie mal ein Seminar oder irgendwie sowas oder war das noch nicht so im Kopf? Ah, du meinst, okay, so in die, also, wenn mich Follower anschreiben, kann ich mal in einem Video bei dir mitspielen oder so, das ist dann bei mir immer so, ist auch gar nicht böse gemeint, aber es ist so schwierig, gerade, da sind wir wieder beim Thema, du weißt, wie ich arbeite. Da muss schon hier Casting in Hollywood passieren, dass du meine Videos mitmachen hast. Die Leute einfliegen lassen. Genau, da werden Leute eingeflogen und, nee, Spaß beiseite, nee, habe ich nicht, aber jetzt, wo du es sagst, ganz cool, aber ich will auf jeden Fall ein Fantreffen jetzt mal, hoffentlich, wenn diese Corona-Kacke aufhört, ein Fantreffen machen und ein Seminar. Also, du bringst mich hier auf Ideen. Ich muss meine Assistentin schon aufhören. Ja, weil ich weiß nicht, wenn man, ich glaube, wenn man auch vor allem so eine gewisse Reichweite hat, ich kann mir vorstellen, dass du zum Beispiel mehr Anfragen kriegst als ich oder halt so mal, guck dir mal dieses an, guck dir jenes an und du kannst ja auch nicht immer alle Fragen beantworten und wenn es dann mal sowas gibt, wo du mal für ein, zwei Tage irgendwie so Workshops oder was auch immer gibst und alle möglichen typischen Fragen so beantworten kannst und die dann auch noch die Nähe zu dir haben, vielleicht wäre das irgendwas, was manche Leute feiern würden. Das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Du meinst, dass ich so Comedy-Classes gebe oder wie? Ich habe es auch noch nicht gesehen. Also vor allem nicht, ich weiß nicht, ob es dann halt so Menschen wie dich zum Beispiel gibt oder Leute wie wir, die jünger sind, die sowas machen und auch ein bisschen lockerer. Ich habe zum Beispiel mal so eine Anfrage rausgeschickt für ein Open Mic in Hamburg, glaube ich, oder in Stuttgart. Ich weiß es nicht, für Comedy. Open Mic, verstehe ich so, da kann jeder eigentlich hingehen. Da musst du auch kein etablierter Künstler sein, du musst nicht zwei, drei Jahre vorweisen, du gehst hin, musst selber wissen, was du tust und falls du dich blamierst, bist du selber schon. Ja, Open Mic halt. Genau, aber dann habe ich so einen Typen dann angeschrieben und gefragt, ob ich das machen könnte irgendwie und dann hat er gemeint, ja schick mal was rüber und dann schickst du rüber, sagte, ja, ich würde dich jetzt noch nicht auf die Bühne lassen, weil das hast du nicht gut gemacht und das und das, wo ich denke, dann hast du das Prinzip von Open Mic meiner Meinung nach nicht verstanden. Das ist dann halt irgend so ein versteifter Typ, der dann auch wahrscheinlich gar nicht aus dieser Kultur oder aus diesem Umfeld kommt und sagt dann den Leuten, was sie zu tun haben oder nicht. Wenn es dann vielleicht Leute wie dich gibt, die dann vielleicht anders sind und sagen, hey, wir holen einfach mal ein paar Leute zusammen und machen einfach und sind locker miteinander und ich gebe den Leuten einfach mal ein paar Tipps zu dem, was ich so mache und fertig, ohne jetzt so, weißt du, weil ich habe auch das Gefühl, in Deutschland ist so vieles auch sehr verkopft und das ist alles immer so wie nach dem Motto, wenn du zum Beispiel YouTuberin bist, haben wir ja vorhin gesagt, musst du YouTuberin bleiben. Dann hast du nämlich da was vorzuweisen und alles andere, da hast du nicht mitzureden. Wenn du Musik kannst, dann wirst du auf einmal der super Musikprofi und ja, das ist so, ich finde es einfach immer schwierig so und deswegen dachte ich, könnte das mal was sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ne, das ist ein interessanter Ansatz auf jeden Fall und es stimmt, also ich habe teilweise auch damals, wo ich am Anfang stand, so auch meine Absagen bekommen und gehört bekommen, bist du noch nicht so weit für Bühne oder du bist noch nicht so weit für dies oder das. Ich habe es sehr, also da sind wir wieder bei diesem Thema, was ich dir vorher gesagt hatte, was ich immer früher so krass klischee-mäßig fand, dieses, lass dir von niemandem sagen, du kannst es nicht schaffen, fight for your dreams und die Leute wollen nicht, dass du es schaffst und reden dir ein, das sind diese Hater, die dir sagen, du wirst es niemals schaffen und ja, die gibt es und ich glaube, die Hater sind nicht in der Form deine irgendwie eng stehende Freunde, die sagen, ah, was machst du da für einen Kack, schaffst du ihn nicht, weil die eigenen Freunde, ob sie es gönnen oder nicht, weiß man natürlich nie, aber die sagen einem ja immer, hey, gib Gas, du schaffst es. Ich glaube, es sind die Leute, die dich auf dem Weg stoppen oder von Castings bis sonst wo, die versuchen halt einzureden, dass du nicht gut genug bist und dass du es nicht schaffst und das finde ich auch immer sehr erschreckend, da bin ich wieder beim Thema, ich sage einfach mal Deutschland, because the podcast name is made in Germany, hier ist halt noch mal so eine sehr krasse Ernsthaftigkeit, so das ist ein sehr rationales Land und keine Träumereien und hier und bleib auf dem Boden und so und so und ja, das ist schwer zu schaffen und so und das ist so ein bisschen, das ist so ein Land voller Zweifel und dass ein Leute einreden, halt ihre eigenen Sachen, die sie nicht geschafft haben, dann auf dich projizieren und wie gesagt, ich hatte schon Termine, ich hatte Castings, ich habe mich mit Leuten getroffen, wo, wenn ich jetzt nach denen gegangen wäre, hätte ich schon längst aufgegeben mit allem und hätte gedacht, ich kann nichts, ich bin nichts. Das ist es. Ja, es gibt bestimmt Leute, die werden auch dann glücklicher darüber, wenn du dann halt das machst, so anstatt deinen eigenen Träumen nachzugehen. Genau und das fände ich halt zum Beispiel, sowas könnte ich mir schon vorstellen, weil ich habe auch so, das ist so meine zweite Passion, das ist so Motivation Speaker mäßig. Jetzt. Jetzt ist es raus, ich bin selbst der Motivation. Ich schaue manchmal in die Kamera, ja. Kannst du ruhig machen. Okay. Also ab jetzt nur noch so. Nee, aber das macht mir Spaß, das kann ich gut, Leute zu motivieren und ich glaube, es gibt halt auch two ways, wie du Menschen absagen kannst oder sagen kannst, dass es vielleicht nicht deren Ding ist und nicht immer so radikal, dass du Leuten vielleicht so, wie in so einen Luftballon mit einer Nadel rein, den Traum zerplatzt direkt. Genau. sowas kann ich glaube ich ganz gut und auch mal so Talente so raus, was kannst du denn sonst, wenn das sonst ist, weil jeder, wenn jemand sagt, ich komme jetzt zum Beispiel, ich will Comedian werden und man sagt, hä, der ist aber irgendwie, das ist nicht witzig, finde ich das schon wieder witzig, dass diese Person Comedian werden wird, weil es so hart unlustig ist, wo ich mir denken würde, ey komm, weißt du was, dann machen wir aus dir einfach den unlustigsten Comedian, damit du wieder lustig bist. Genau. Ich war mal bei einer Comedy-Show und da hat einer ein Stand-Up gemacht, es war so fremdscharmmäßig still und ich hab so, ich muss bei sowas einfach hart lachen, ja und dann hat der ein Witz und das Nichts hat gezogen, es wurde immer stiller und so und ich hab dann einfach angefangen so hart zu lachen und ich hab den einfach so gefeiert, weil er so behinderte Scheiße erzählt hat, die nur lustig war, dass es schon wieder lustig war, weißt du wie ich meine? Und das ist glaube ich so das Ding, was ich für mich jetzt mittlerweile so gelernt hab, dass ich sage, mir muss gar nicht alles gefallen und ich glaub für alles gibt's irgendwo ein Abnehmer, also selbst für den Typen, den du jetzt beschrieben hast, wenn er jetzt einen Weg findet, wie er dieses unlustig sein richtig nutzt, da gibt's auch einen Markt dafür. Genau. Und man muss ja nicht immer versuchen, den kompletten Mainstream abzuholen, das seh ich zum Beispiel bei Musikern vor allem aus den USA oder so, ich weiß nicht, ob dir Tag 9 E bekannt ist, Tag 9 heißt der, und der ist schon länger dabei und der ist aber eher so im Underground so bekannt und die ganzen Rapper kennen ihn halt, die wissen, dass er was drauf hat. Er ist jetzt hier kein, keine Ahnung, wie man jetzt nehmen kann, Kanye oder sowas, aber in dem, was er macht, ist er der Beste, er hat seine feste Fanbase und macht halt mit denen alles, seine Konzerte, sein Merch, sein Dies und Das und er verdient trotzdem viel mehr Geld als manche Leute, die auf irgendwelchen großen Bühnen rumtanzen und fettes Marketing hinter sich haben, weil er einfach seine Nische gefunden hat. Wenn du deine Nische findest, das ist was ich meine, also ich glaube, man muss auch aufpassen, sonst kommt die Feuerwehr, man muss auch aufpassen, wie man Dinge formuliert, weil du kannst, ich bin ja auch so ein bisschen, also spirituell und psychologisch veranlagt oder ich interessiere mich dafür und du kannst jemanden ganz schnell, deswegen finde ich auch Castingshows sehr gefährlich, weil du kannst jemanden, wenn du einfach, das weiß ich ja selber aus meinen Zeiten, wo ich auch Sachen probiert habe, die nicht geklappt haben, wenn du Leuten in einer gewissen Art und Weise das sagst, kannst du damit deren kompletten Traum killen, das Selbstbewusstsein killen, du weißt nie, was steckt hinter dieser Person, wie schwach ist diese Person, woher kommt diese Person, was macht diese Person gerade privat durch und deswegen finde ich es immer schwierig, wie redest du oder wie sagst du solchen Leuten, das einfach und das ist so, was ich zum Beispiel einfach in Amerika extrem schätze, ich war ja auch lange in den USA und ich bin auch halb Amerikanerin selber und dort wird alles so ausgedrückt, das ist so am Ende positiv. Das mögen aber Leute hier zum Beispiel nicht, ne? Genau, das ist dann so, ja, aber die Amis sind so fake und dies und das, aber ich sag's dir ehrlich, ey, die war lächelt mich irgendein Beamter-Fake an, ist mir doch scheißegal, als das, nee, warum, ich hab heute einen schlechten Tag, das lasse ich jetzt auch aus, was hier in Berlin zum Beispiel sehr typisch ist, aber dort wird so, auch wenn du dir Castingshows in Amerika anguckst oder generell auf Castings gehst, was ich auch schon gemacht hab, ich war dort auf Castings, ich war hier auf Castings, die Art und Weise, wie mit Menschen umgegangen wird, ist einfach so wie Tag und Nacht. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Leuten arbeite, Follower treffe oder die mir was schicken und sagen, kannst du mal reinhören, wie findest du das, versuche ich immer trotzdem irgendwie nett zu antworten, weil ich Leute nicht verletzen will und sag halt, hey, das war cool, aber vielleicht noch ein bisschen arbeiten oder so. Du kannst ja auch irgendwie Leuten mit einem guten Gefühl absagen. Richtig. Bist du? Ja. Ist Isabella überhaupt dein richtiger Name? Ja. Okay. Weiß ich nicht. Also eigentlich Isabellero, aber... Isabellero. Isabella. Wow. Isabella Luna tatsächlich, so heiße ich. Okay. Weil du hattest gesagt gehabt, du warst halb Amerikanerin und halb Griechen, bist du? Ich meine es aus deinem Lied rausgehört zu haben. Ja. Hast du gut zugehört. Ich war mir nicht sicher, weil du hast auch ein paar albanische Wörter reingehauen, so deswegen dachte ich vielleicht auch aus der Ecke irgendwie, aber... Ja, da hat man vielleicht auch ein paar Verwandte, so... Weiß man nicht. Weiß man nicht. Ich hab meine Wurzeln überall. Ja, cool. Commimis International, meine Follower wissen. So. Lange, lang ging das Rätseln, was ist sie, woher kommt sie? Ja, wurde viel gefragt? Ja, immer. Das ist meine Standardfrage. Also ich glaube, diese Frage höre ich öfter als wie geht's dir. Hm. Ja. Und du hast es nie beantwortet gehabt, oder? Nö. Bist du dem Song, oder? Naja, schon immer mal wieder, aber es ist halt so, ich glaube, die Leute sind ein bisschen verwirrt, vor allem nach meinen so Nationalitäten, Kulturen, Mashups, wo ich so alle möglichen Länder nachmache und die Sprachen dann auch reinbringe. Hä? Sie könnte Türkin sein, aber sie könnte auch Arab sein, sie könnte aber auch Russin, aber auch Griechin, aber ich war so Albanerin. Ich dachte mir, ach, ist doch ganz witzig, sollen sie rumraten. Ja. Außerdem, was ist schon eine Herkunft, so. Na. Kann man auch so sehen. Das ist immer so, eigentlich ist es voll gestört, dass die Menschen einen direkt fragen, was bist du für eine Landfrau, woher kommst du? Aber hast du das Gefühl, dass du überall gefragt wirst? Ja. Oder eher hier? Überall. Ja? Ja. Überhaupt, die Menschen heutzutage, also ich meine, meine erste Frage ist immer, was bist du im Sternzeichen? Ja, first of all. Aber die Leute fragen immer als erstes, was bist du für eine Landfrau oder woher kommst du? Man will das irgendwie mal wissen. Ja. Damit die Welt mehr so zu einem wird und so und gegen Rassismus sollte man diese Fragen eigentlich verbieten, generell. Ja, man muss sie nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich kenne es zum Beispiel so, ich habe die Frage hier immer gekriegt und kriege sie auch immer noch, immer wieder, aber als ich zum Beispiel eine Zeit lang in England verbracht habe, habe ich die Frage nie gestellt bekommen. Nie. Das war dann nur im Kontext, wenn wir über irgendwas geredet haben und wenn ich gesagt habe, ja, ich habe dann zu Hause ein da und da, was ist zu Hause für dich? Da und da, ah, okay, wusste ich nicht, weiter geht's. Dann war das Thema durch. Das war nie so dieses so an sich, an jemanden ranschleichen und so, hey, wo kommst du eigentlich her? Das habe ich doch nicht, in vier Jahren habe ich das nie erlebt. Krass. Und auch woanders nicht. Und hier schon? Immer. Also ist das so was Deutsches, dass man fragt, woher kommst du? Ja, finde ich schon. Also die wichtigste. Wir bashen hier vor Germany in dieser Folge. Man braucht jetzt auch nicht die Sachen unter den Tisch kehren. Also ich kann es nur und dann die zweitbeliebteste Frage ist, was du beruflich machst. So, die zwei Sachen. Und ich sage, also wenn das die zwei Sachen braucht, dass wir uns unterhalten können, so dann brauchen wir gar nicht viel reden. Also weil es gibt viele andere Sachen, über die man sprechen kann, wenn man jemanden kennenlernen möchte oder mehr über eine Person wissen möchte. So im Kontext ist es immer, glaube ich, gut, wenn man dann was, wenn man das irgendwie vielleicht mit reinbringen kann, so wenn es die Story mit erzählt und du sagst, keine Ahnung, meine Geschichte ist die, dass ich von da nach da, nach da, nach da. Cool. Aber ansonsten muss ich nicht wissen, woher du kommst. Ist zweitrangig für mich. Auf jeden Fall. Ich habe sowas Schönes gelesen, letztens auf Instagram, dass die Leute heutzutage nur noch fragen, wie läuft der Job oder was machst du beruflich, woher kommst du und wie viel verdienst du und bla und keiner fragt mehr. So bist du glücklich im Moment, was erfüllt dich, so eine Sachen halt. Bist du gesund? Bist du gesund. Ja, krass. Würdest du sagen, dass dein Job dich definiert? Weil das ist das, was man hier auch oft sagt. Also wenn ich dann frage, wieso willst du wissen, was ich beruflich mache? Ja, weil das dich ja schon ausmacht so und dich definiert, als wer oder was du bist. Findest du das bei dir auch super? Ja, also in meinem Fall glaube ich schon, dass es mich definiert. Weil man kann sich schon ein Bild über jemanden machen, wenn du weißt, also wenn man weiß, ich bin Künstlerin und auch Comedian, sage ich mal, schwerpunktmäßig, kann man sich schon vorstellen, okay, die ist wahrscheinlich dann nicht so ein ernster Typ oder die hat Humor. Also kannst dann schon einen Menschen, also ja, der Beruf ist schon so eine Sache, dass du einen Menschen schon besser einschätzen kannst, auf jeden Fall. Es ist jetzt ein komplett neutraler Beruf. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also zum Beispiel, ja, wie bei mir, okay, sie hat was mit Comedy zu tun, Showbranche, das heißt, sie mag Entertainment, sie hat Humor, ein anderer ist vielleicht Sales Manager und da kannst du sagen, ah, die Person kann gut überzeugen, gut reden. Weißt du, wie ich meine? Also du kannst schon Menschen gut dann so ein bisschen schon besser, also für mich, Finde ich schon, ja, ja, doch. Für mich gehört, also mein Beruf oder dass ich Artist bin, das gehört auf jeden Fall zu mir und das ist mein Foto. tolles Paket, wenn ich jemanden kenne, dann muss die Person das eigentlich auch wissen. Ja. Das ist so eine, für mich eher so eine, was heißt Randnotiz, es ist einfach was, was man dann im Hinterkopf hat, aber ich könnte dich auch komplett falsch einschätzen und sagen, du bist, keine Ahnung, fame geil irgendwie und tanzt auf jeder Party mit, aber eigentlich bist du diejenige, die sich ihren Preis abholt und dann sofort wieder geht. So, weißt du, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Das stimmt, das ist mir sogar auch schon passiert. Ich wurde auch schon sehr fehl eingeschätzt und es ist auch interessant, was du für einen Stempel drauf hast, wenn du YouTube machst oder wenn du, wie Leute dich so einschätzen und dann einen kennenlernen und du bist ganz anders, nur weil man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ja, als wäre man dann so der Forever, der Clown und Dauer lustig und so, sowas ist ja dann auch immer nicht. Was ich mich vorhin gefragt habe, ich habe es kurz vergessen, weil du auch vorhin gesagt hast, dass du ja auch Comedian bist. Hast du dir jemals vorgestellt, Stand-Up-Comedian zu sein oder schon mal probiert? Ja, habe ich. Bühne ist voll mein Ding. Stand-Up-Comedy ist jetzt nichts, worüber ich mich so definieren würde und ich will auch nicht da reinrutschen. Und ich habe ein paar Stand-Up-Shows gemacht und habe gemerkt, okay, also wenn ich jetzt, ich mache das jetzt noch ein halbes Jahr und dann bin ich Stand-Up-Comedian und dann bist du da in dieser Schiene so drin. Und da ich gerne in Rollen schlüpfe, Stand-Up ist etwas sehr Reales. Ich glaube nicht, dass wirklich gute Comedians auf der Bühne stehen und nicht von sich wirklich privat erzählen und sich selber sind währenddessen und authentisch sind. Und das ist halt nicht so mein Ding. Aber immerhin siehst du das, also, dass du das anerkennst, dass das Stand-Up ausmacht, weil ich glaube, es gibt auch viele Leute, die einfach keine Ahnung haben, was Stand-Up ist. Also sie sehen es zwar Ich finde es auch in dem Moment nicht mehr lustig oder ich finde Musik, Schauspiel, Comedy, egal was, finde ich nicht mehr gut, wenn es nicht mehr authentisch ist. Und gerade bei Stand-Up musst du du selber sein. Viele Comedians machen das Hammer und es wirkt null aufgesetzt. Ja. Größten Respekt davor. Also es gibt Stand-Up-Shows, natürlich auch wieder die Amis ganz vorne mit dabei. Naja. Wo warst du jetzt gerade? Ja, ich war jetzt gerade so bei allen. Kevin Hart habe ich live gesehen in der Mercedes-Benz Arena. Ab meinem Geburtstag erste Reihe saß ich wie so ein Fangirl. So alt brutal. Aber auch mega authentisch, lustig, cool. Wer hat dann irgendwelche Geschichten von seinem Grandfather erzählt? Wenn der Nachtsgeräusche hört und seine Gun lädt und so richtig lustig einfach. Und es war so authentisch und so cool und dann mag ich es auch. Wer weiß, bei meiner eigenen Tour wird es das Stand-Up natürlich auch geben. Meinen eigenen, vielleicht werde ich dann wieder Bock drauf haben. Aber jetzt gerade im Moment ist ja sowieso erstmal Ruhe im Kasten. Genau. Aber wie gesagt, Show und Comedy auf der Bühne auf jeden Fall wieder. Ja. Und dadurch, dass du den US-Background hast, kannst du dir vorstellen, auch dort mal was zu machen? Auf jeden Fall. Oder ich will jetzt hier keinen Leuten Angst machen, irgendwie, dass du in ein, zwei Jahren wegziehst oder so. Aber ist das was, womit du spielst? Ein Gedanke, wo du sagst, da gibt es nochmal eine andere Seite, die ich auch nochmal abchecken könnte? Oder sagst du dir, du bist eigentlich komplett hier? Also rüberziehen? Nein, weil ich dort schon gelebt habe. Und Amerika auf jeden Fall nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe. Ich war in L.A. damals, wow, Hollywood, geil und so. Und dann war es aber gar nicht so, wie ich es mir, also irgendwie, jetzt gerade auch im Moment, Amerika ist nicht so geil. Ich weiß es auch von meinen Verwandten, von Freunden. Europa ist schon besser. Inspiration dort sammeln, safe. Safe. Aber ich glaube, ich bin Europäerin mittlerweile. Ich glaube, ich würde hierbleiben. Aber who knows? Man weiß es nicht. Vielleicht fliege ich mal rüber, um dort ein bisschen Mucke zu machen und im Flugzeug sitzt dann so plötzlich irgendjemand neben mir, der sagt, hey girl, come with me to Hollywood, move into my house, it's me, Justin Bieber. Hey Justin Bieber, okay. Er macht Schluss mit Hailey Bieber, zieht mit mir ins Haus. Es kann alles passieren. Boah, was ist das für ein Traum, mit Justin Bieber zusammenziehen. Ja, warum nicht? Ja, who knows? Dreams can come true. Findest du den cool? Ja. Ja? Interessant. Also, wenn er mir einen Ring hinhalten würde, würde ich nicht schneiden. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich finde ihn mega nice, aber auch wegen seinen Talents. Justin Bieber ist schon auf jeden Fall auch für mich so ein Vorbild, was so behindertes klingt, weil er, auch wenn man ihn verfolgt, das ist ein richtiges Talent, ein richtiger Musiker, ein Artist. Er ist krass. Nee, aber das war jetzt auch nur so ein Beispiel. Man weiß nie, was passiert. Aber im Moment kann ich sagen, I'm a proud European. So. Amerika ist com si, com sa. Schwierig. Ja. Aber was die Kunst betrifft und was man da so von Input bekommen kann, ist es, kannst du nicht übertreffen. Ja. Noch als letzte Frage, wer dein Lieblings-Stand-Up-Comedian ist, jetzt wo wir es davon hatten? Kevin Hart hast du gerade ein bisschen geschwärmt, aber gibt es doch jemand über ihm? Also gehen wir mal weg von Stand-Up. Ich mag Adam Sandler sehr, sehr gerne. Der macht auch ab und zu Stand-Up, soweit ich weiß, aber ist ja eher ein Comedy-Typ und Schauspieler oder der in Comedy-Rollen schlüpft, den liebe ich. Kevin Hart liebe ich, Jamie Fox liebe ich. Ja, ach so, müsste ich jetzt auch über Deutschland reden, wenn ich es lustig finde? Nein, nein, nein. Nee, 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 ich habe explizit schon sehr viele. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, die ich hier so lustig finde, weil es sind einfach alle zu lustig. Nee, das wollte ich gar nicht rausholen. Klar, es gibt auch in Deutschland, also Ellen natürlich auch, ne? Ellen wer? Ellen DeGeneres. Findest du lustig? Wow, I love her. She's amazing. Ja, ihr wisst, die kurze, blondhaarige, die immer Gäste in ihrer Talkshow hat. Sowas könnte ich mir auch gut vorstellen bei mir. Also auf sowas hätte ich auch Bock. So eine Show mal zu machen. Ja, ja. Weil da ist wieder dieses Improvisieren, dieses Rele, dieses Unaufgesetzte. Klar, das Showkonzept wird geschrieben und steht schon so das Grundgerüst, aber halt spontan ist schon nice. Sie mag ich auch sehr gerne und in Deutschland, klar, eine Martina Hill feiere ich auch. Die finde ich zum Beispiel sehr lustig. Es gibt doch Leute, die du hier feierst. Ja. So. Klar, cool. Natürlich, es sind jetzt nicht alle Schrott, um Gottes Willen. Ich klinge wie so eine Haterin. Nach dieser Sendung denken alle, was hast du hier noch verloren? Verpiss dich. Hör auf. Nein, aber du weißt doch, die Amis haben immer noch so ein Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, aber man kann sich auch inspirieren lassen von drüben, von daher. Cool. Ich habe eine Frage aber noch für dich. Ja? Made in Germany. Ja. Was das für dich heißen kann in deinen Worten. Made in Germany. Mhm. Huh. That shit's deep. Wieso? Made in Germany heißt auf jeden Fall, also jetzt für mich, wie ich das interpretiere, diesen Begriff. Genau. Okay, dass man hier aufgewachsen ist, hier geboren ist, diese Kultur angenommen hat, egal woher man kommt und eben auch so, wie so ein richtiger Deutscher lebt und alles durchzieht und pünktlich ist, nicht so wie ich heute und seine Ziele erreichen kann, die Struktur, like, ich würde mal sagen, everything that's made in Germany ist auf jeden Fall gut geplant, gut strukturiert. Wir sollten auch stolz sein, jetzt muss ich das auch nochmal hier den Plot-Twist finden, nachdem ich ja so viel gehatet habe. Leute, das war kein Hate gegen Deutschland. Ich bin sehr glücklich, dass ich in diesem Land lebe und Deutschland hat, gerade wenn man im Ausland war, ich war in Frankreich lang, ich war in Amerika lang, Deutschland hat zu viele Vorteile, die du erst checkst, wenn du zurückkommst oder wenn du lange weg bist und du es vermisst. Diese Ordnung in Deutschland, das Durchgeplante, das System, wie alles funktioniert und man soll auch nicht zu schnell mal gleich loshaden, die Regierung oder sonst was, wenn dann mal was vielleicht nicht so gut läuft. So ist es immer so, hier läuft schon alles ziemlich gut und die Leute sind wohl behütet und man kann hier auch nicht irgendwie eigentlich schwierig unter der Brücke landen und ich finde, dass Deutschland ein gutes Land ist. Das heißt für mich Made in Germany. I'm proud to be made in Germany und wir haben unsere Vorteile auch hier, würde ich sagen. Cool. Dann war es das. Jo, war nice. Dann war es auch unser Gespräch für heute. Ja. Fand ich cool. Gut, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich gefreut und ich würde sagen, ich wünsche dir auf jeden Fall für alles, was du machst, alles Gute. Dankeschön. Ich verfolge es mit und vielleicht sitzen wir irgendwann wieder hier. Ja, hoffentlich. Oder woanders. Hat mich sehr gefreut. Made in Germany, check it out, yo. Isabella Luna, bye. Hey. Hey, mein Toe. There's no lion.